servus leute und herzlich willkommen zu einem neuen projekt und zwar overwatch ich habe das irgendwie lange geplant dass ich sowas let's play aber noch nie dazu gekommen weil ich das nicht aufnehmen konnte aber ist ja auch eine geschichte die euch eigentlich nicht interessieren soll leute das spiel ist richtig bombe und ich will mal sagen ich starte mal sofort ein spiel wir sehen können ich habe hier zehn lute boxen das werde ich im nächsten video mal öffnen einfach so just for fun kleines loot boxen opening machen ich werde vielleicht noch etwas pain man weiß es nie ich würde mal sagen ich starte einfach das spiel ich hoffe das wird schnell finden ja das hat auch schnell gefunden perfekte auf jeden fall leute ich hier gibt es ein ranking system wie bei lol also sowas in der art wie bei lol das werde ich auch machen wenn ich level 25 bin man kann dann so zehn spiele machen da wird man platziert und rinke bla 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 einfach so weißt ihr wisst ihr so rinke system einfach so unnötig für das spiel nein das spiel ist wirklich genial leute ich bin richtig begeistert wissen angriff das ist sehr schön mein name ist der junkrat oder junkrat ich weiß nicht ich es kann auch sein dass ich ab und zu mal einige sachen falsch aussprechen das stört euch nicht und ich hoffe dass in dem sound jetzt nicht so krass laut ist dann rede ich halt lauter ich glaube das ist etwas zu laut das heißt ich werde ganz kurz hier heizmaule besende selber gerade ihre irre und bringt nein spaß der junkrat ist richtig gar ich habe es falsch geworfen egal wir sind trotzdem schnell wie stück kack auf jeden fall der junkrat ist kleiner lauer bar mensch der hat als ulti so richtig geile kaffe wenn man irgendwie kamikaze jawoll easy life alter kamikaze reifen richtig krass ist so kommt mal vorbei leute habt ihr du hund alter du mein missgeburt ich hoffe ich habe den nein leider nicht egal scheiß drauf der kleine solcher 5 und 76 meine ich der ist ziemlich krass in diesem spiel muss man sagen wenn man den kann man kann den auch vergleichen wie ganz normal black ops charaktere mit richtig geile waffen also der kann auch rennen seine passiv oder spezialfähigkeit so einen rennen kann also wir dann quasi sprinten so sprint nicht rennen sondern sprinten haben wir jetzt den punkt ja wir haben den perfekt das heißt ich mache mich ganz gut gut oh die haben diesen dj kuanz sohn der macht ziemlichen damage aber man muss nicht ganz kurz hier meine bombe hier meine falle und los geht's heute willst du mich nacken alter ist der immer noch da irgendwo so erstmal an lauer barbomben rein dumme kura alter lieb du missen alter war erst mal sich selber rausgepimmelt so ich treffe die puren sinne das ist sehr schön du missgeburt was willst du denn alter fliegt ach der fliegt nicht wegen seinem schild egal der ist eh down der ist eh down der ist eh down der ist eh down der ist down jawoll aber na alter ich zeige euch gleich okay ich habe double kill perfekt wie gesagt der charakter ist einfach mega genial der passt irgendwie so perfekt zu mir alter keine ahnung ich bin auch so ein kleiner äh bomben leger nein spaß natürlich nicht so ähm man kann sich auch so hier ein bisschen pushen mit dem junkrat und das finde ich irgendwie richtig genial wo seid ihr huernsöhne ich werde gleich euch ein kleines aloha barat hinschicken so ich will mal sagen ich hoffe die sind da okay da war nur einer da ist natürlich ein bisschen kaka okay die sind jetzt alle wieder drin beziehungsweise einer ich mache jetzt einfach ein bisschen da rein waren oder sind die da da ist wieder der tank ich vermute mal man soll euch eigentlich nicht so viel beziehungsweise ich muss euch nicht so viel über das spiel sagen denn wir haben wir haben gewonnen wir haben besiegt alles klar auf jeden fall man muss euch glaube ich nicht über das spiel so viel erklären weil das spiel ist schon und ja halts maul nicht so alt in anführungsstrichen aber trotzdem das ist halt ja es ist schon bekannt sind sehr viele youtuber die das schon let's play haben und ich weiß nicht ob man das let's play nennen kann was ich mache ich vermute mal nicht einfach so gameplays was ich reinschneiden reinschneiden rein bzw hochladen werde meine fresse ich kann solche spiele spielen wo ich mich ziemlich geil konzentrieren kann bei drackensang ist ja immer so ich war einfach drauf und das war's und gewinne einfach weil ich da zu viel bin und hier braucht man ja ein skill habe ich nicht gesagt wird habe ich nicht gesagt ich mag die map nicht so um ehrlich zu sein weil ich hier muss man eigentlich scharf schützen spielen und ich habe jetzt kein bock auf die video maker um ehrlich zu sein ich will den juncker erstmal durchballern okay okay die kommen jetzt von allen seiten das meine ich ja die map ist halt bisschen kacka weil sie kommen von allen seiten das gefällt mir nicht ooooh shit die haben bestien alter wisst ihr das ist so ein richtig geile map für bestien und für widow maker also beziehungsweise für so ein serie er gerade der mich gerade eliminiert hat oder natürlich für die für die dingsbums da für die scharfschütze weil hier kann man sich überall so rein pimmeln und blablabla ich habe jetzt eigentlich keine lust den chart zu wechseln weil ich bock habe auf dem junkrat oder so junkrat ich weiß nicht jawohl ich habe ich habe wohl eliminiert aber es kam nichts egal scheiße drauf einfach reinballern okay da ist wohl einer jawohl easy live oder war ein gegner schon junkrat junkrat ooooh die gegner schon reaper hatte die ulti das ist jetzt nicht so feierlich das ist jetzt nicht so feierlich das ist jetzt nicht so feierlich ich muss mein ultimate noch nachladen reaper ist halt so eine sache die ich nicht gerne sehe weil ich immer so squishies spiele und reaper ist halt so ein squishy killer sagen wir mal so du war pur an sonne alter ich brauche nen heals zikerim das ziel gehört uns das ist sehr schön ich brauche meine mein rad damit ich ein kleines salawakbar spiel machen kann das ist sehr gut aber das ist nicht gut das ist ja nicht von uns fuck ich dachte es ist einer von uns damit er mich heilen kann aber okay gut egal ich hab jetzt äh oder doch das war doch einer von uns lell man ich bin ziemlich verwirrt alter ich mache jetzt alawakbar so fährt schon aus easy life go da seh ich einige da sind viele da seh ich gegen verkehr warte gib mir alawakbar ha da war scheiße der hätte mich fast gepimmelt das problem ist man kann das rad ziemlich leicht zerstören ich habe jetzt irgendwie zufüge die haben schon 91 prozent lol ich balle gerade gegen das baum alter du hund du hund alter Warte Das geht mir jetzt richtig auf den Sack Ich mach jetzt Videomaker Der Wohlensohn hat mich LOL Der hat mich ja richtig gepimmelt Alter So wir haben jetzt nur noch Ein bisschen Zeit Ich hoffe ich schaff's noch Irgendwie rauszuholen Verlängerung Ja Verlängerung Das ist sehr schön Wie auf dem ihr erwartet Der Punkt gehört mir Könnt ihr mitkommen wenn ihr wollt Erstmal das Schieße stören Damit ich hier nicht rumläufle Ein Stück Kacke alter Komm her Zeigen eine APM anzunehmen Wohlen wir zwei Hallo Ah Sikirim Alter Ich hab gerade Bashing gepimmelt Man das ist immer so eine Sache Wir stehen jetzt 1 zu 1 Natürlich Oder Ja 1 zu 1 Wir haben noch ein Spiel Ich hoffe wir müssen jetzt verteidigen Das war's close Das war echt close Ja obwohl Ne wir müssen angreifen Äh Das ist wieder eine Map Wo ich den Ja das ist wieder eine Map Wo ich den Junkra Junkra oder so Meine Fresse Junkra 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 Ich nehm den einfach Junkra Als Fetch aus Ist ja quasi mein Main Champion Diese In diesen Äh Spielen Widowmaker Wie gesagt Widowmaker ist richtig geil Auf der anderen Map Weil man kann sich da einfach Richtig geil verstecken Hat man ja auch gesehen Sehr viele Äh Gebäude und so Und scheiß Und ja Ist halt Äh So ein Ah ich hätte glaube ich Draufbleiben sollen Erstmal reinballern Sie werden da auf jeden Fall Ein Widowmaker haben Der sich da irgendwo rein Pimmelt So wie ich hier gerade Oh ich treffe gerade einiges Best Shit Best Shit ist halt Mein Ziel Den ich pimmeln will Ja Ich treffe Jawoll Easy Life Best Shit ist halt auf der Map Auch richtig geil Wenn man sich irgendwie Nach oben hackt Oder so wie der gerade Sich irgendwo versteckt Aber Von der Seite Sehe ich eigentlich vieles Das heißt Ich sollte Und von der Seite Bin ich auch Von der Seite Windowmaker Ziemlich Sicher Da ist Best Shit Ah Der hat mich gesehen Der Kuanzon Das ist nicht schön Das ist nicht schön Die haben Pharaoh oder so Was in der Art Ich balle jetzt einfach rein Ich treffe Ich habe jetzt ein paar mal getroffen Da ist wieder Best Shit Das Shit auf Karum Wie es aussieht Vorsicht Gegen Verkehr Jawoll Ich habe Best Shit gepimmelt Und Ah Schon wieder Best Shit Sogar Double Kill Easy Life Da ist Reaper Ich muss aufpassen Dass Reaper Sich hier nicht portet Also nicht hier Okay Der hat ein Ulti Aber Der ist Geschichte Das ist sehr schön Der ist auch oben Ja Ich treffe Oder Warte Nein Ich treffe nicht Okay Der hat wieder Der hat seine Rute Jetzt Ich hoffe Der trifft jetzt Nicht so viel von uns Oh Da ist Best Shit Perfekt Ich habe den sogar Gepimmelt Oder Ja Ah ne Ich habe Emerald Wie heißt die Da ist Best Shit Da ist Best Shit Ich meine ich halt mit Reaper Ich mag Reaper Nicht allgemein Weil ich immer Squishy 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 Ich weiß nicht wie man das nennt Spiele Und leider Ähm Ist er halt ziemlich gut Gegen Squishys So da ist ein Tank Der ist Geschichte Die haben halt auch ein Juncker Oh Shit Ich habe schon wieder Ich muss mich jetzt irgendwo anders Ähm Verstecken Ich glaube ich werde einfach Ja Schon wieder der kleine Missgeburt Aber ich habe jetzt meinen Reifen Das ist sehr schön Wenn ich das gut platzieren kann Dann können wir wieder Ähm Das Den Punkt Irgendwie erobern Ich muss nur sehen Beziehungsweise ich muss nur zusehen Wo die kleinen Kurensöhne sind So Vorsicht gegen Verkehr Leute Bestchen Hi Bestchen Ich hasse Best Shits Alter Ich hasse die so sehr Der ist auch oben da Wir haben verkackt Niederlage Aber es war trotzdem gut geschlagen Muss ich sagen Ähm Ja gut Die hatten zwei Bestchins What the fuck Und der KSC Kill Oder sowas Ja Okay gut Ja Ja Reba War natürlich der Äh Spiel Beziehungsweise Der Dings Für unser Play Ist auch klar Wenn man reinläuft Und die ulti reinballert Ist Easy life Für den Der braucht nicht mal zielen Alter Hier meine ulti Man muss auch Ja Das Loll Nur drei Läu Ich gehe mal Von unserem Okay Für unsach Heilung Was Eis Ob Alter Der Den Eis Ob Sechs Leute Haben Den Video Natürlich Egal Ähm Ja War trotzdem Ein sehr gutes Match Wom habe ich gerade Jetzt nicht Auf Dings Egal Vergisst Es Ja Ich bin Jetzt Ein bisschen So Egal So Leute Das war's Jetzt mit dem Spiel Ich hoffe Das hat euch Gefallen Und wenn ihr mehr Sehen wollt Leute Dann gibt mir Von Damm Nach Oben Und einfach Einen Kommentar Hinterlassen Das wird mir Sehr Weiter helfen Ich werde Overwatch So oder so Hochladen Aber wie gesagt Das wird mich Motivieren Und ich würde mal Sagen wir sehen Beim nächsten Mal Haut rein und viel Spaß Beim Zocken Kauft euch das Spiel Das Spiel ist geil